Herzlich Willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial zeige ich dir, was Envato Market ist, was du da alles holen kannst, wie das so Ganze funktioniert und wie du auch deine eigenen Sachen hochlädst und dort verkaufen kannst. Was ist zuerst mal Envato Market? Envato Market ist ein riesiger Marktplatz, wo du verschiedene Sachen kaufen kannst. Es sind insgesamt sieben verschiedene Anbieter, die wir hier unten auch nochmal sehen. Team Forest, Code Canyon, Video Hive, Audio Jungle, Graphic River, Photodude und 3D Ocean. Diese sieben Seiten bilden Envato Market, wo du dir bei Team Forest verschiedene Designs für Webseiten wie WordPress, Joomla und Co. holen kannst. Code Canyon sind wirklich Scripts oder Plugins, die für solche Seiten sind. Video Hive sind Stock Footage, aber auch sowas wie Templates, Presets für After Effects Projekte. Audio Jungle, da kannst du dir alles zu Musik holen. Bei Audio Jungle dreht sich alles um Musik, dort kannst du dir Musik kaufen. Graphic River sind Grafik, Templates oder Grafiken prinzipiell. Photitudes sind Fotos und 3D Ocean sind 3D Objekte. Du hast hier oben die Möglichkeit, nach etwas Bestimmten zu suchen, je nach Kategorie oder hier oben einfach auf eine Seite zu drücken. Doch wie funktioniert das Ganze jetzt? Ihr habt hier die Möglichkeit, einfach nach etwas zu suchen, könnt verschiedene Sachen discovern, die ihr schon habt und könnt auch je nach bestimmten Kategorien eure Sache suchen, die ihr wollt. Wenn ihr die Datei ausgewählt habt, seht ihr, seid ihr in der Dateiübersicht. Hier könnt ihr euch eine Preview der Datei vorschauen lassen, könnt ihr die Preview auch herunterladen, die ist alles mit Wasserzeichen. Habt die Möglichkeit, sie zu saven in euren Account und bekommt ihr noch viele weitere Informationen von der Person, die das hochgeladen hat. Rechts habt ihr die Möglichkeit, eine Lizenz zu kaufen. Und hier ist das Spannende, diese Lizenzen sind auch für Commercials anwendbar. Das heißt, wenn ihr in der Firma seid und Werbung schalten wollt, könnt ihr auch hier die Lizenz dafür kaufen, es in Werbung abzuspielen. Müsst ihr jetzt raussuchen, was für eine Lizenz genau euch passt. Wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr hier unten immer, was sie genau macht. Könnt ihr dann direkt kaufen und dann mit dem Projekt starten. So funktioniert es bei allen Sachen. Ich rate jedem, der sich hier ein bisschen umschaut, sich einen kostenlosen Account zu erstellen. Allein ein kostenloser Account reicht schon, wenn man sich die kostenlosen Items holen möchte. Denn jeden Monat gibt es eine Auswahl von jedem der sieben, wo eine Sache kostenlos ist. Wenn ihr euch angemeldet habt, könnt ihr diese kostenlos runterladen. Heute, dieses Monat, das Beispiel, das findet man eben unten auf der Startseite von der jeweiligen Seite, seht ihr hier die verschiedenen Items, die diesen Monat kostenlos sind. Und die könnt ihr dann herunterladen, wenn ihr euch kostenlos angemeldet habt. Ja, wenn ihr euch angemeldet habt, habt ihr quasi einen Account bei Envato Market. Den habt ihr dann hier oben und könnt hier euer eigenes Profil einrichten, könnt Einstellungen verwalten, eure Downloads anschauen, eure Favoriten, eure Ordner oder Collection, die ihr erstellt habt. Ihr seht euer Guthaben, euer momentanes, aber habt auch hier noch Möglichkeiten, zu Autosettings begleicht zu kommen. Wenn ihr für euer eigenes Profil klickt, dann seht ihr hier euer eigenes Profil und wie das genau aussieht. So ein Profil hat jedes Konto bei Envato. Ihr habt die Möglichkeit, in den Settings dieses Profil zu bearbeiten, sowie viele weitere Einstellungen. Aber wie leitet ihr jetzt eure eigenen Sachen hoch auf Envato Market und verkauft diese? Bevor ihr das alles festlegt, müsst ihr euch quasi als Autor anmelden. Und da habt ihr als allererstes die Möglichkeit, ob ihr ein Exklusiv-Autor sein wollt oder ein normaler Autor. Was ist der Unterschied? Exklusiv bedeutet, dass die Dateien wirklich nur auf Envato zu verfügbar sind, das heißt exklusiv und ein normaler. Für exklusive Sachen bekommt ihr 60% des Preises, für nicht exklusive Sachen glaube ich nur 30% oder 20%. Deswegen überlegt euch, was für euch besser ist, wenn ihr noch andere Seiten habt, wo ihr eure Sachen verkauft, dann sind normaler zu sein, aber wenn ihr es wirklich nur auf Envato macht, dann könnt ihr es da auch machen. Ihr müsst bedenken, wenn ihr eine Datei hochladet, müsst ihr alle Rechte daran haben. Einerseits, ihr müsst volljährig sein, um Sachen zu verkaufen. Ihr müsst Steuererklärungszeug einmal einreichen. Und wie das alles funktioniert, das wird euch da genau erklärt. Wie ladet ihr jetzt eure eigene Datei hoch? Ihr drückt auf den Bereich, den ihr hochladen wollt, wie zum Beispiel Video. Geht dann hier unter Outdoor Settings auf Upload. Wählt eine Kategorie aus, von euren Videos quasi. Drückt auf Next, gebt den ganzen Namen, könnt eine Beschriftung machen, könnt ein Thumbnail hochladen, dann die Datei, die zur Verfügung gestellt werden soll. Eine Video Preview, ein Preview Image, eine Release Form und alles Mögliche könnt ihr hier festlegen. Ist alles super genau erklärt. Macht das alles, was sollt ihr machen. Hier habt ihr rechts an der Seite nochmal alle wichtigen Informationen, die wichtig sind, dass es stimmt und dann könnt ihr es hochladen und könnt in eurem Dashboard-Bereich unter Outdoor eure Sachen immer verwalten, die ihr habt. Dann werden sie geprüft und dann könnt ihr immer sehen, welche Sachen noch erwartet werden und welche schon veröffentlicht sind. Und so könnt ihr quasi eure eigenen Sachen auf Envato Market erstellen. Wenn ihr wissen wollt, was Envato Elements sind, Envato Tutorials, dann schreibt es mir unten in den Kommentaren und bewertet dieses Video. Dann mache ich dazu auch noch ein Tutorial. Ich hoffe, es hat euch weitergehofft. Wenn ihr Fragen zur Envato Market habt, dann stellt sie doch unten in den Kommentaren und ich helfe gerne weiter. Für mehr Tutorials kannst du gerne den Kanal kostenlos abonnieren.